Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Review meiner Insta360 ONE X2 Kamera. Dieses Video soll nicht einfach so ein langweiliges Unboxing sein, sondern wirklich Rückmeldungen aus der Praxis, anhand derer ihr dann selbst entscheiden könnt, ob diese Kamera vielleicht was wäre für euch. Nach dem Unboxing möchte ich euch zudem einige Filmtechniken zeigen, wie ihr eure Kamera nutzen könnt und was mehr Marketing und Nachbearbeitung ist und was wirklich funktioniert. Weil es so viel zu zeigen und zu erklären gibt, werde ich aber die Film- und die Schnitttechniken in einem separaten Video hochladen, in einigen Tagen. Einen direkten Link zu diesem Video findet ihr hier oben rechts eingeblendet. Wer schon andere Reviews von mir gesehen hat, der weiss, dass ich solche Sachen immer relativ kritisch betrachte und durchleuchte, weil ich schaue es halt einfach aus Sicht eines Praktikers an. Was mich dazu veranlasste, diese Kamera zu bestellen, war ein Video auf YouTube. Der hat die X2 unten an seine Drohne geschraubt und damit ein interaktives 360-Grad-Video gemacht an einer Küste mit einer Kolonie Seelöwen. Ich war so fasziniert von der Möglichkeit, meine Sichtweise selbst wählen zu können, dass ich wusste, diese Kamera muss ich auch haben. Solche Aufnahmen wie jetzt oben aus der Hersteller-Webseite haben sicherlich auch noch auf mich gewirkt. Ich habe die Kamera zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen nun seit gut einem Monat und hatte die Kamera schon bei etlichen Wanderungen, Ski-Ausflügen und Drohnerflügen mit dabei. Dieses Video wurde übrigens mit Kapiteln eingerichtet. Ihr könnt euch diese Kapitel bei YouTube einblenden lassen und dann direkt auf die Punkte springen, die euch interessieren. In so einem äusserst stabilen Karton wird die Kamera angeliefert. Ich möchte euch zuerst den Lieferumfang zeigen, aber einfach in groben Zügen und auch das Zubehör, das ich mir gleich dazu bestellt habe und auch die Überlegung, warum ich mir genau dieses Zubehör bestellt habe. Nebst der Kamera gibt es eine Neopren-Schutzhülle dazu und ein Reinigungstuch für die Linse und noch ein kleines Manual und was natürlich nicht fehlen darf, sind entsprechende Werbekleber. Bei den unteren beiden Knöpfen, hier befindet sich übrigens der Akku dahinter, angeblich ist diese Abdeckung und die Abdeckung des USB-C-Anschlusses wasserdicht bis 10 Meter. Als Taucher kann ich über so eine Aussage nur den Kopf schütteln. Wer seine Kamera unbedingt beim ersten Tauchgang schon als Totalschaden entsorgen will, der soll es mal versuchen. Ich werde mir auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt das separate Unterwassergehäuse bestellen für die Kamera, welches dann bis 40 Meter dicht sein soll. Weil mir ist es schon einige Male passiert, dass die Verschlüsse nicht in die Grundposition zurückgingen, sondern irgendwo dazwischen hängen geblieben sind und ich bezweifle, dass die dann dicht sind. Was man bei der Verwendung im Wasser nicht vergessen sollte, ist die Deaktivierung des Touchscreens, sonst macht sich nämlich die Kamera selbstständig. Die Steuerung der Aufnahmemodi passiert dann über die Power-Taste. Wenn man den Akku ganz rausnimmt, sieht man unten rechts der Einschub für die Micro-SD-Karte und links neben dem Akkufach seht ihr den USB-C-Stecker für den Datenaustausch und für das Laden der Kamera. Als erstes Zubehörteil möchte ich euch den Original Insta360 Selfie-Stick zeigen. Speziell an diesem Selfie-Stick ist, man kann ihn bis zu 3 Meter ausfahren. Mit nur 365 Gramm ist er zudem extrem leicht. Zugegeben, auch nicht gerade sehr günstig, aber wenn man berücksichtigt, dass dieser Selfie-Stick auf sämtlichen Videoaufnahmen automatisch von der künstlichen Intelligenz herausgerechnet wird und nicht sichtbar ist, dann ist es seinen Preis wert. Dazu kommt noch meine Überlegung als Drohnenpilot. Ich kann so Videos erstellen in Flugverbotszonen, die aussehen wie ein Drohnenvideo, es aber nicht sind. An den einzelnen teleskopischen Teilen sind die Zentimetermasse angegeben in 120 cm, 240 und 300 cm Schritten und unten befindet sich ein Standardgewinde für die Befestigung an einem Stativ. Hier die nächsten zwei Zubehörteile. Links seht ihr eine Gummiabdeckung als Linsenschutz und dahinter seht ihr die Premium-Linse, die die eingebaute Linse vor Kratzern schützen soll. Warum bei dieser empfindlichen Linse und bei dem Kamerapreis nicht gleich so eine billige Gummiabdeckung mit dabei ist im Lieferumfang? Ich verstehe es nicht. Warum überhaupt die Originallinse schützen? Ich habe natürlich weitere YouTube-Videos gesehen, bei denen Leute diese Kamera an die Drohne befestigt haben und der eine hat wunderbar direkt nach dem Start, nach etwa 5 Sekunden, eine Felswand geküsst und die Linse war irreparabel beschädigt. Das Video findet ihr übrigens zur allgemeinen Belustigung in der Description verlinkt. Sorry Dieter, aber betrachte es als gegenseitige Kanalunterstützung. So wie ich das gelesen habe, ist so eine Situation auch kein Fall für den Support von Insta360, weil der scheint relativ lausig zu sein. Das sollte mir nicht passieren. Deshalb habe ich mir diese Linse bestellt. Doch leider musste ich die gleichen Erfahrungen machen wie er auch. Die Premium-Linse ist schlicht nicht zu gebrauchen. Als Linsenschutz funktioniert sie grundsätzlich schon, aber die Software schafft es dann nicht, die Bilder der beiden Linsen korrekt zusammenzusetzen. Man sieht immer einen schwarzen Strich als Linsenübergang. Es kommt zu unklaren Reflektionen, trotzdem, dass die Gläser alle sauber sind. Ihr werdet es dann später in den Videotipps selbst sehen. Das ist einfach nicht brauchbar. Dazu kommt noch, dass der USB-Anschluss verdeckt ist. So würde dann der fixfertige, feuchte Wunschtraum der Marketingabteilung aussehen. Wobei eben, also der Selfie-Stick ist wirklich top. Aber die Premium-Linsenabdeckung, die ist schlicht Geld zum Fenster ausgeworfen. Aber bedenkt bitte auch, immer nur voll auf 3 Meter ausgefahren, das bringt euch auch nichts. Es kommt nicht immer nur auf die Länge drauf an, sondern auch auf die Technik. Nun kommen wir zu der dazugehörigen App. Die Insta360 for Go könnt ihr im App Store runterladen und einfach installieren. Die App hat extrem schlechte Bewertungen und ich habe mir auch die Zähne dann ausgebissen. Am Anfang sieht alles gut aus, bis man dann mal versucht, die Kamera zu verbinden. Sie schreiben hier schon, es können 30 Sekunden dauern. Ja, im fünften Anlauf braucht es dann vielleicht 30 Sekunden, dann klappt es dann vielleicht mal. Also, ich habe es bei mir mit dem Huawei P20 Pro versucht, mir die Zähne ausgebissen. Und wenn ich die Rezessionen lese, dann haben andere genau die gleichen Probleme. Und wenn man dann schon voller Freude mal verbunden ist, verliert dann die App mitten in der Aufnahme oder in der Steuerung wieder die Verbindung. Aber nichtsdestotrotz, ihr braucht die App, weil eine andere App gibt es nicht. Und einzelne Kamerasteuerungen, so speziell Drohnenflüge mit Wendeübergängen und so, die kriegt ihr einfach nur hin, wenn ihr die App habt. Also, damit meine ich keine echten Flüge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Selfie-Stick unter einem Stuhl durchfliegen wollt, dann müsst ihr ja den ersten Teil der Aufnahme machen von der einen Seite rein und dann die zweite Aufnahme von der anderen Seite wieder raus. Auch ein direktes Koppeln per Bluetooth war bei mir unmöglich, sowohl auf dem Mobile wie auch auf dem Tablet. Ich habe etliche Male versucht und geschaut, dass alles aktuell ist, neuste App-Version und, und, und. Was ich immer wieder zu sehen kriege, ist wunderbare Werbung. Das hat Insta360 richtig drauf, überall mit Werbung zu nerven. Aber eine funktionierende App sieht anders aus. Und der Teil hier, das ist jetzt der, keine Ahnung, x-te Versuch, den lasse ich jetzt da in vierfacher Geschwindigkeit durchlaufen. Der dauerte effektiv 3 Minuten 30 und er hat da was begonnen zu verbinden und dann am Ende kommt doch keine Verbindung hin mit einem Haufen irgendwelcher Netzwerkfehler-Meldungen, die selbst ich als IT-Profi nicht wirklich deuten kann, wo jetzt da wirklich der Schuh drückt und wo der Fehler liegt. Selbst mit dem Update von Anfang Dezember 2021 wurde es nicht besser. Wer sich bis jetzt nur noch aufregt ab der App, der nutzt am besten die YouTube-Möglichkeit und springt zum nächsten Kapitel. Ich habe es hier nun noch einmal versucht und es scheint auch, er meldet hier sogar, dass er die Kamera erfolgreich verbinden kann. Das geschieht ja per VLAN lustigerweise. Und jetzt seht ihr dann kurz die Meldung, Verbindung erfolgreich und dann ist wieder Paff, Feierabend. Ich würde euch ja gerne mehr über die App zeigen und auch positive Punkte erwähnen, aber man muss zuerst mal verbinden können. Jetzt hat eine Verbindung geklappt. Ich seht jetzt oben die Dateien, die ich aufgenommen habe. Jetzt schalte ich in den Live-Modus. Jetzt habe ich, im Moment habe ich eine Ansicht. Das ist jetzt so ein Bullet-Video. Das hat eine extrem hohe FPS-Zahl. Ich möchte jetzt ändern, normal auf Video. Paff, die Verbindung ist schon wieder weg. Er verbindet wieder automatisch neu, was erstaunlicherweise sogar funktioniert. So schaffe ich es dann immerhin, umzuschalten auf den Video-Modus. Und nun muss ich mich beeilen, wenn ich euch Sachen zeigen will. Oben könnt ihr die Auflösung ändern und auch die FPS. Auch das Bewegen mit dem Finger funktioniert eigentlich recht gut, wenn man verbunden ist. Oben rechts bei den drei Punkten könnt ihr das GPS und das Histogramm aktivieren und euch irgendwelche Tutorials anzeigen lassen. Bei den drei farbigen Punkten kommt ihr zur Farbprofil-Auswahl. Hier rechts in der Mitte könnt ihr auswählen zwischen 360 Grad oder 150 Grad. Und darunter der Papierflieger. Das ist eben den Drohnen-Modus, den ich vorhin angesprochen habe. Das funktioniert dann eben irgendwie, dass er da die Filmsequenzen automatisch zusammenhängen will. Und jetzt, puff, wird die dann sehen. Kurzum, die Verbindung schon wieder weg. Mein Resümee zur App. So schlicht nicht zu gebrauchen. Es hätte coole Features. Vielleicht werden die irgendwann mal dann auch funktionieren. Da kommt mir gerade ganz spontan noch in den Sinn. Thema Firmware-Update. Das ist eigentlich relativ gut gelöst. Ihr könnt euch auf der Seite von Insta360 die aktuelle Firmware runterladen. Die auf die SD-Karte kopieren, der Kamera. Und wenn ihr dann das nächste Mal die SD-Karte reinschiebt und die Kamera startet, erkennt das automatisch die neue Firmware und macht den Update automatisch. Nun aber noch zur Kamerasteuerung selbst. Auf der Seite ist der On-Off-Schalter. Und die Kamera schaltet sich dann mit einem Bild-Rimp ein. Man kann nun auf dem Touch-Display mit nach oben scrollen, die verschiedenen Kameramodis wählen, zwischen Foto, Video und Timelapse. Ihr seht, ich mit meinen dicken Fingern habe da zwischendurch so ein bisschen meine Mühe. Ihr seht dann jeweils im unteren Teil die aktuelle Einstellung und Auflösung, die ihr da einfach ändern könnt. Wenn ihr von oben nach unten zieht, kommt ihr in das Einstellungsmenü. Hier könnt ihr Display-Einstellungen ändern, das Display sperren, die Sprachsteuerung ein- und ausschalten, allerdings nur in Englisch und Chinesisch. Hier unter dem Punkt Allgemein findet ihr USB-Einstellungen und vieles weiteres. Und ein ganz wichtiger Punkt hier, die Ausschaltzeit der Kamera. Diese ist, glaube ich, standardmässig auf drei Minuten eingestellt. Und für mich, ich mache zwischendurch wirklich Langzeitaufnahmen oder versuche auch zum Beispiel Vögel auf dem Stativ einzufangen, dann ist das natürlich Blödsinn. Deshalb habe ich hier die Einstellung auf nie gestellt. Ich habe halt so einfach das Risiko, dass wenn ich vergesse, die Kamera auszuschalten, dann ist halt der Akku leer. Weiter unten seht ihr dann auch noch das Menü für die Sprache und die Gyrokalibrierung, falls das mal nötig sein sollte. Wann ist die Gyrokalibrierung nötig? Wenn auf einmal eure Aufnahmen wandern, ohne dass sich die Kamera bewegt, dann ist es Zeit, für den Gyroscope-Sensor neu zu kalibrieren. Dazu die Kamera auf ein Stativ stellen und Gyrokalibration auswählen in den Settings. Ein weiterer Punkt ist die Position SD-Karte. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Speicherkarte zu formatieren, was von Zeit zu Zeit nicht die schlechteste Idee ist. Ich merke es von Zeit zu Zeit bei meinem Rohmaterial, dass die Filme stocken, dann formatiere ich die Karte mal wieder. Praktisch ist, dass es für jeden der drei Modi individuelle Anpassungsmöglichkeiten gibt. Also wenn ihr beim Video irgendwas verstellt, hat das überhaupt keinen Einfluss auf die Timelapse und auch keinen Einfluss auf die Fotos. Die Touchscreen-Steuerung teilweise mit erst Wisch nach oben, dann Wisch nach unten ist ein bisschen gewannungsbedürftig, aber mit der Zeit klappt das dann recht gut. Für meine dicken Finger schon ein bisschen problematisch. Unten, das ist zweigeteilt, das Menü. Rechts habt ihr jetzt im Fall des Fotoapparats den Selbstauslöser und links habt ihr dann die Einstellungen für HDR, Serie, Intervall, Nachtaufnahmen und so weiter. Interessant ist, dass man hier links jetzt dafür wieder in den Videomodus wechseln kann und hier die gleichen Anpassungen auch machen kann. Hier in der Mitte links ist die Umschaltung zwischen 360 Grad und 150 Grad Modus und rechts daneben ist die Umschaltung von Front auf Rückkamera. Wenn die Schutzabdeckung nicht auf der Linse ist, würdet ihr jetzt sehen, wie das Display umswitcht. Nun gleich noch ein toller Demo-Effekt. Zwischendurch keine Ahnung, was genau man drücken muss. Schaltet sich das Display aus, scheint irgendein Sparmodus zu sein und man kann dann einfach wieder durch das Display anklicken, kann man es wieder zum Leben erwecken. Mit einem Wisch nach rechts kommt ihr auf eure Aufnahmen, welche auf der SD-Karte gespeichert sind. Unter insta360.com findet ihr übrigens auch noch unter den Downloads das Programm Insta360 Studio 2021 zum Download. Dieses Programm müsst ihr unbedingt auf dem Rechner haben, damit ihr die Daten ab der Karte richtig zusammensetzen könnt. Wie dieses Programm funktioniert und dass es mehr bietet, als es auf den ersten Blick ausschaut, dazu mehr in einem separaten Video, welches später folgen wird. Ihr seht, die Möglichkeiten der Kamera selbst, die sind wirklich gewaltig. Was dieses kleine Kästchen zu leisten vermag, ist wirklich cool. Aber so tolle Aufnahmen, wie sie auf der Webseite des Herstellers zu sehen sind oder jetzt auch hier, dieses Beispielvideo, welches ich beim Skifahren gemacht habe. Solche Resultate erzielt ihr nur in der Nachbearbeitung. Da wird so viel korrigiert und beschissen, das glaubt ihr schon fast nicht. Ihr seht jetzt übrigens hier auch den schwarzen Strich, der Premium-Schutzlinse. Ich werde die beim nächsten Mal nicht mehr drauf haben. Das ist für mich klar. Es bleibt euch aus meiner Sicht nichts anderes übrig, als ganz, ganz, ganz viele YouTube-Videos zu schauen. Vor allem für die speziellen Einsatzzwecke, die ihr vielleicht habt. Weil beim Skifahren filmt man nicht gleich wie beim Motocross-Rennen. Beim Wandern filmt man nicht gleich wie beim Klettern. Schaut euch da wirklich auf YouTube um. Ich werde in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, würde ich auch noch weitere Videos machen. Als Ergänzung zu diesem Review jetzt und euch zeigen, wie ich die Kamera gehalten habe, wo sie montiert war, wie sie am Selfie-Stick war, wie weit ausgefahren, in welchem Winkel, damit ihr ein Gespür dafür kriegt, in welcher Situation welches Setting passen könnte. Am Ende muss jeder für sich selbst herausfinden, was die richtigen Einstellungen sind und denkt daran, die Sicherheit geht immer vor. Riskiert nichts, nur um eine tolle Aufnahme zu kriegen. Es ist schon manch Influencer irgendwo über eine Felswand rausgestürzt in den Tod, weil er tolle Aufnahmen machen wollte. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass das die letzte Aufnahme eures Lebens wird. Ich vermute, dass es bei mir hier am Ende eine ganze Serie von Videos geben wird über die X2-Kamera. Ich werte euch, sobald ich das Video abgedreht habe, hier oben rechts das erste Nachfolgevideo direkt verlinken, damit ihr da einfach draufklicken könnt und weiterschauen. Und wenn ihr die späteren Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann kriegt ihr, wenn ihr die Glocke auch setzt, automatisch eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir draussen ist. Und ich würde sagen, dann sehen und hören wir uns bald wieder. Bleibt fit und gesund und bis bald. Tschüss zusammen.